Die Wild Wings TV Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Aromadeck. Aromadeck, erfrischend anders. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Klassikkonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Kölner Haie. Ich darf beide Trainer begrüßen zu meiner rechten Corey Cluston, von den Haien und zu meiner Linken unser Coach Bert Cotier. Ja, zuerst Glückwunsch, Corey Cluston zum Sieg, congratulations for the win tonight and your statement please. Both teams had their moments, both teams are missing some pretty key hockey players and we needed guys to step up in the absence of a couple important players for us and I know they did as well. We had a big goal in the power play and I thought our penalty kill was real solid in our second period and we had a lot of chances. Their goaltender was very good for them, so it was ours and just one of those games where it was tight checking, opportunities were there, but when we had them, their goaltender made some big saves. Like I said, that's it ours, but it's a good road win for us and we'll take the points and move on. Real confidence in the next video. Echt als ganz kurz zusammenfassend, er sagt, beide Mannschaften haben natürlich auch wichtige Spiele heute Abend verzichten müssen, hatten natürlich auch gute Momente heute im Spiel, für uns gab es ein wichtiges Powerplaytor und beide Torhüter musste herausheben, haben hervorragend gespielt, wichtige Saves gemacht auf beiden Seiten, es war ein wichtiger Sieg und wir nehmen natürlich die Punkte hier am Schwenningeng gerne mit. Pet, einen Kommentar bitte überhauen. Guten Abend zusammen, congratulations Corey. Was zu sagen zum Ersten? Ich muss ganz herrlich sagen, dass ich stolz mit meiner Mannschaft. Ich glaube es war eine top, top Leistung. Jeden hat gekämpft und ich glaube alle waren sehr stolz. Ich glaube, wir haben das gut gefühlt. Unsere Ziel heute war so. Wir spielen mit viel Leidenschaft. Zweikämpfe, wir waren gut. Wir haben uns eine gute Chance gegeben mit unseren Kämpfgeistern. Wir waren strukturiert. Köln ist eine top Mannschaft. Vielleicht in dem zweiten Drittel. Wir haben zu viel Zeit in Unterzahl gespielt. Und Köln hat den besten Powerplay in der ganzen Liga. Hat kein Powerplay-Tor geschossen. Das letzte Spiel, heute auch. Die ersten drei Mal. Hat kein Tor geschossen. Sooner oder später. Sie werden ein Powerplay-Tor schossen. Aber wir haben geglaubt bis zum Ende. Ich glaube mit dieser Einstellung. Wir können etwas Besonderes erreichen. Aber es ist nicht so einfach. Aber nochmal ein Sturz mit der Leistung von den Jungs. Heute Abend. Jetzt sind wir die Kommentare von beiden Trainern. Herr Rittmann. Herr Pettich, deine Einschätzung. Die Mannschaft kämpft. Tut, was sie kann. Es fehlen aber viele Spieler. Oder was meinst du? Wie lange kannst du mit der Rumpf-Truppe dieses Eishockey noch spielen? Ich hoffe am Dienstag, am Mittwoch, am Mittwoch. Hoffentlich Mittwoch. Wir können noch ein paar verletzte Spieler zurückkommen. Und weitergehen. Wer könnte zurückkommen? Ich hoffe, Timonen und Bartosz können mit uns trainieren. Das Powerplay-Tor entsprang ausgerechnet einen Wechselfehler. Den zweiten in diesem Spiel. Es waren die Wechselfehler. Siehst du da die Ursache drin, dass du in den Formationen improvisieren musstest? Nein, das war ganz klar. Aber manchmal passiert das. Ich glaube, einer von den zwei Verteidiger kam auf die Bench. Ich glaube, zwei von unseren Mannschaften kam auf. Oder so. Aber das wird passieren. Natürlich, eine Stunde vor dem Spiel. Timonen hat abgesagt. Und dann haben wir die zweite Powerplay-Formation geändert. Und ja, das ist was passiert. Alte Frage. Gibt's noch eine andere Frage? Okay. Dann, Korrig Klusten, guten Nachhauseweg nach Köln. Und wir sehen uns jetzt auch wieder in einer Woche. Selbe Uhrzeit. Nee, aire querer. Sze oder 6.30 Uhr geht es los, aber gleicher Ort zumindest. Danke. Schönen Abend gegen die Eserlokister. Danke. Vielen Dank.